Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Entscheidend dabei ist unser Umgang mit Kunststoffen und Ressourcen im Allgemeinen. Eine Hilfestellung dabei sind die sogenannten drei R's. Reduce, Reuse, Recycle. Jetzt gibt es aber auch Anwendungsfälle, wo dies nicht möglich ist, wo Recycling wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll ist. Und genau dort entwickeln wir innovative Lösungsansätze, wie zum Beispiel bioabbaubare Schmelzklebstoffe. Also der Anspruch war eben, dass wir ein vollständig 100% biobasiertes und biologisch abbaubares Klebstoffsystem entwickeln. Und das war die Herausforderung, eben mit Biopolymeren diesen Grundkunststoff zu ersetzen, dass man eben ein vollständiges System damit hat. Und das war die Herausforderung, die zu kombinieren mit den anderen Bestandteilen und eben dort das System zu kompletieren. Es gibt die verschiedensten Anwendungsfelder. Viele sind uns geläufig im Alltag. Denken wir nur an Papiertüten, die verklebt werden müssen, an Kartonagen, aber auch in Anwendungen wie der Automobilindustrie. Und der aktuelle Weltjahresbedarf beträgt etwa drei Millionen Tonnen, der im Moment mit klassischen Lösungen abgedeckt wird. Und dort möchten wir uns hineinarbeiten mit unseren bioabbaubaren Lösungen auf Basis Kermeld. 2-ация Indes 2-4-1-4-1 3-4-1-4-1